Herzlich willkommen! Ja, auch turbulente Zeiten natürlich für uns. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir den Verkaufsraum schließen müssen, sind natürlich aber weiterhin erreichbar per Telefon oder auch per E-Mail. Unser Service und unsere Werkstatt läuft ganz normal wie bisher auch gewohnt weiter, wenn auch etwas unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben einmal auf dem Boden die Abstandsmarkierungen. Wir haben zum Schutz der Mitarbeiter aber auch der Kunden die Plexiglasscheiben und natürlich haben wir unseren Hygienespender, unseren Desinfektionsspender immer ausreichend gefüllt. In dem Fall sind wir weiterhin für euch da. Auch wir im Teiledienst haben weiterhin geöffnet mit erhöhten Vorsichtsmaßnahmen. Wenn ihr eure Teile braucht, könnt ihr gerne vorbeikommen und wir sind stets für euch da. Die Werkstatt-Service ist weiterhin für euch geöffnet, jedoch mit ein bisschen mehr Sicherheitsabstand, aber mit vollem Einsatz. Auch wir in der Werkstatt sind weiterhin für euch da. Nutze die Zeit, die ihr jetzt habt, um euer Auto fit für den Sommer zu machen. Jetzt wäre auch die richtige Zeit, eure Räder wechseln zu lassen. Melde dich jetzt. Wir sind eine große Automobilhandelsgruppe. In den 50 Jahren, da ich dabei bin, haben wir schon ganz andere Zeiten doch gestanden. Ich bin sicher, das schaffen wir auch wieder. Gerne sind wir auch für euch weiterhin per E-Mail und Telefon erreichbar. Auch Probefahrten sind möglich. Natürlich unter allen Schutzmaßnahmen. Nutze die Chance und melde dich bei uns. Auch gerne und bei unseren neuen Live-Chat unter www.krafthardenberg.de. Natürlich möchten auch wir uns bei allen bedanken, die momentan alles am Laufen halten. Wir wünschen euch ein frohes Osterfest und vor allen Dingen bleibt gesund.